Schützen Sie Ihren PC vor Viren mit Antivir Personal Im Internet kursieren Millionen von verschiedenen Viren. Da ist es natürlich ein Gebot der Stunde, Ihren Rechner vor diversen Virenerkrankungen zu bewahren. Mit dem Virenwächter Antivir Personal Free ist dieser Schutz schnell und einfach erstellt. Antivir schützt Ihr Betriebssystem mit einem Wächterprogramm gegen Trojaner, Würmer, Dailer und auch gegen sogenannte Root-Kits. Das Programm überwacht Ihr Betriebssystem und schlägt sofort Alarm, wenn es zum Beispiel Malware entdeckt. Antivir schützt Ihr Betriebssystem gleich an mehreren Fronten. Mit dem eingebauten Echtzeitscanner können Sie alle Daten Ihres Rechners überprüfen. Es ist sogar möglich, den Bootsektor zu überprüfen, um etwaige Makroviren zu finden. Antivir bleibt dank Update Wizard auch immer auf dem neuesten Stand. Genug der Worte. Sehen wir uns mal an, wo Sie das Programm downloaden können und wie es funktioniert. Abschließend informieren wir Sie noch über die Unterschiede zwischen der Gratisversion und der Kaufversion von Antivir. Um Antivir herunterzuladen, besuchen Sie die Seite shareware.de. Folgen Sie dem unten angegebenen Link oder verwenden Sie die Suchfunktion. Durch einen Klick auf den Download-Button laden Sie die Datei herunter. Nach der Installation wird das Wächterprogramm, der sogenannte Guard, automatisch im Hintergrund gestartet. Gleichzeitig wird eine Desktop-Verknüpfung auf Ihrem Desktop generiert. Wenn Sie auf die Schaltfläche Ausgeblendete Symbole einblenden klicken, sehen Sie, dass der Antivir Guard bereits ausgeführt wird. Starten Sie nun Antivir mit einem Doppelklick auf die Desktop-Verknüpfung. Im Startmenü von Antivir wird Ihnen der Status des Programms angezeigt. Hier können Sie auf einen Blick überprüfen, wann Sie das letzte Mal eine vollständige Systemprüfung durchgeführt haben oder ob der Antivir Guard auch tatsächlich aktiv ist. Wenn Sie auf den Menüpunkt Ereignisse klicken, werden alle durchgeführten Anwendungen von Antivir aufgelistet. Es besteht zudem die Möglichkeit, diese Liste zu filtern, um so beispielsweise einen Fehler schneller zu finden. Über den Menüpunkt Berichte erhalten Sie eine Auflistung der Berichte, die Antivir bei den Suchläufen oder den Updates gemacht hat. Dies können Sie per Doppelklick aufrufen. Wechseln wir als nächstes zur Registerkarte Lokaler Schutz. Im Menü Prüfen bietet Ihnen Antivir verschiedene Vorschläge, welche Bereiche Sie auf Viren prüfen können. Wenn Sie eine bestimmte Datei oder einen bestimmten Ordner prüfen wollen, wählen Sie die Option Manuelle Auswahl. Im zweiten Menü Guard erhalten Sie Informationen über die infizierten Dateien, die der Antivir Guard gefunden hat. Abschließend wechseln wir zur letzten Registerkarte Verwaltung. Im Quarantäne-Menü werden alle Dateien aufgelistet, die als gefährlich eingestuft wurden und daher in Quarantäne verschoben wurden. Sollten Dateien fälschlicherweise dort gelandet sein, haben Sie aber auch die Möglichkeit, diese wiederherzustellen. Mit der letzten Option Planer können Sie zeitlich gesteuerte Suchabläufe und Updates erzeugen. Nachdem wir uns einen groben Überblick über das Programm verschafft haben, starten wir doch einmal einen Suchdurchlauf. Dazu wechseln wir zurück in die Registerkarte Lokaler Schutz und wählen den Bereich aus, der auf Viren untersucht werden soll. Wir starten die Suche mit einem Klick auf das Symbol Suchlauf mit dem ausgewählten Profil starten. Antivir prüft nun alle Daten, die sich in diesem Verzeichnis befinden. Ist die Suche abgeschlossen, erhalten Sie einen Bericht über die gefundenen, fehlerhaften bzw. infizierten Dateien. Abschließend schließen Sie die Zusammenfassung und das Suchdurchlauffenster. Um einen optimalen Schutz für Ihren Rechner zu gewährleisten, ist es am besten, wenn Sie eine wöchentliche, automatische Suche einstellen. Erstellen Sie einen zeitgesteuerten Suchdurchlauf und klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Verwaltung, wo Sie den Planer auswählen. Anschließend klicken Sie auf das Symbol Neuen Auftrag mit dem Wizard erstellen. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihren Auftrag ein und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Als nächstes wählen Sie mithilfe des Dropdown-Menüs aus, welche Art von Auftrag erstellt werden soll und klicken anschließend auf Weiter. Bestimmen Sie nun, welcher Bereich Ihres Rechners auf Viren überprüft werden soll und fahren Sie mit einem Klick auf Weiter fort. Abschließend können Sie noch den Zeitpunkt des Auftrags bestimmen, bevor Sie ein letztes Mal auf Weiter klicken. So, jetzt speichern Sie Ihren Auftrag noch mit einem Klick auf die Schaltfläche Fertigstellen. Fertig. Der Auftrag ist erstellt und wird in Zukunft immer automatisch durchgeführt. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Unterschiede zwischen der kostenlosen Antivir-Version und der kostenpflichtigen Version. Antivir-Premium, die Premium-Variante des Virenscanners Antivir-Personal, besitzt zusätzliche Funktionen, mit denen Sie Ihr System besser absichern können. Den Echtzeitschutz Guard erweitert die Premium-Version um proaktiv. Hierbei verlässt sich das Programm nicht nur auf zuvor heruntergeladene Virensignaturen, sondern erkennt auch Schädlinge anhand Ihres Verhaltens. Mailguard und Webguard behalten Ihr E-Mail-Postfach und Ihren Internetbrowser permanent im Blick. Falls Sie sich nicht sicher sind, dass die Premium-Variante Ihren Erwartungen entspricht, haben Sie die Möglichkeit, Antivir-Premium 30 Tage lang zu testen. Antivir-Personal ist ein ausgezeichneter Virenschutz und das Beste daran ist, dass er kostenlos angeboten wird. Aviras Antivir beinhaltet einen Echtzeitscanner und eine Update-Funktion, sodass der Virenwächter immer auf dem neuesten Stand bleibt. Fazit Ein kostenloser und darüber hinaus tadellos funktionierender Virenschutz. Dafür bekommt Antivir-Personal-Free 6 von 6 Sternen. Das ist ein kostenloser und darüber hinaus, dass der Virenwächter immer auf dem neuesten Stand bleibt. Aufmerksamkeit